Die Kurvenverläufe folgen beim klassischen Ertragsgesetz mit der Ausweitung des variablen Inputs einem Vier-Phasen-Schema. In der Phase 1 sind die Kapazitäten der fixen Faktoren extrem wenig ausgelastet. Produktivität und Grenzertrag steigen gleichermaßen mit einer Erhöhung des Inputs. Der Durchschnittsertrag kann aber nur steigen, wenn der zusätzliche Ertrag einer weiteren Einheit Input über dem Durchschnitt liegt. Diese Arithmetik kennen Sie aus der Berechnung von Klausurnoten. Sie können Ihren Notendurchschnitt nur verbessern, wenn die Note der nächsten Klausur, also die Note am aktuellen Rand, die Grenznote, besser ist als der bisherige Durchschnitt. Deshalb muss hier auch der Ertrag der letzten Input-Einheit über dem bisher erzielten gesamten Durchschnitt liegen. In der Phase 2 ist der Wendepunkt der Gesamtertragskurve überschritten. Nun geht der Grenzertrag zurück. Aber die Produktivität steigt weiter. Warum? Weil der Grenzertrag immer noch über dem Durchschnittsertrag liegt. Solange dies der Fall ist, ist die zusätzliche Input-Einheit immer noch produktiver als der bisherige Durchschnitt und hebt damit den Durchschnitt an. Der Grenzertrag sinkt immer stärker und liegt nun unter dem Durchschnittsertrag. Dies drückt die Produktivität, sodass wir uns nun im fallenden Bereich der durchschnittlichen Erträge befinden. Die Produktion nähert sich immer mehr dem Maximum, das durch die Kapazitätsgrenze der fixen Faktoren vorgegeben ist. Wir haben den effizienten Bereich verlassen. Mehr Input steigert nicht den Output, sondern richtet Schaden an. Alle Kurven zeigen nun eine fallende Tendenz und der Grenzertrag verläuft im negativen Wertebereich. Fazit Der Durchschnittsertrag kann nur steigen, wenn der Grenzertrag größer ist. Der Durchschnittsertrag kann nur sinken, wenn der Grenzertrag niedriger ist. Wenn Grenzertrag und Durchschnittsertrag übereinstimmen, ändert sich der Durchschnittsertrag nicht. Dies ist genau im Maximum der Produktivitätskurve der Fall, denn dort beträgt deren Anstieg Null. Untertitelung des ZDF für funk, 2017